da war der ganz herzlich begrüßen mein name ist björn negelmann von congressmedia den bei uns der moderator und ja immer auch so ein bisschen der programm gestalter unserer verschiedensten veranstaltungen die wir machen hier bei der schiff cx dreht sich dabei immer alles um die diskussion rund um mehr kundenzentrierung mehr kunden erlebnis mehr kunden begeisterung was wir ins marketing vertrieb und service bringen wollen und es geht dann immer um die fragestellung wie wie schaffen wir das das customer experience zeitalter ist durchaus natürlich schon ausgerufen schon seit ein paar jahren und die bedeutung ist hoch aufgehängt dass das die zukunft für die unternehmen ist aber bricht man es runter auf die realität da muss man doch immer feststellen dass das doch sehr ernüchternd ist was in der realität umgesetzt wird darüber diskutieren wir immer wieder wo muss man da weitere schritte geben was den trends was sind entwicklungen das ist so ein bisschen das thema der schiff cx plattform das machen wir verschiedenste veranstaltungen und auch unseren wöchentlichen schiff cx talk zu dem ich mir immer interessante gäste einladen darf mit denen ich über aktuelle themen spreche themen die sie aufgebracht haben themen die gerade zur diskussion stehen und diese woche darf ich da an meiner seite hier begrüßen jetzt bringe ich sie mal in den vordergrund einmal dem professor dr nils hafner hallo nils und harald henn hallo zusammen so schön dass das mit euch geklappt hat ihr seid ja viel beschäftigt beschäftigte experten die man erstmal für einen so einen termin gewinnen muss und wir haben wieder feststellen müssen dass man sechs wöchige vorlaufzeit braucht um insbesondere nils auch in so einen termin reinzukriegen ist das richtig ja ist leider so wir haben wir haben trotz corona und trotz hier hier fast lockdown in der in der schweiz also aufforderung zum home office und und eben halt abstand halten einfach die situation dass wir momentan immens viele solcher veranstaltungen haben und dementsprechend eigentlich auch mal schauen müssen wie wir das alles unterbringen unterricht ist online konferenzen sind online und eben halt jetzt auch noch die die speeches und die talks sind online aber ich freue mich dazu sein lieber björn ja jetzt du hast es ja schon angebracht aus der schweiz du bist hochschulprofessor aber auch berater zum thema kundenmanagement in der schweiz und da schon seit ewig in dem thema unterwegs beschäftigt derzeit einer hochschule luzern aber beschäftigt sich natürlich auch mit verschiedensten buch publikationen zu diesem thema schon schon auf vielen bühnen und auch in vielen projekten warst du öfters schon mal bei uns in der veranstaltung harald du kooperierst mit ihm an in manchen themen bist aber darüber hinaus selber eine koryphäe bei dem thema customer service management auch und da läufst unter dem deiner firma marketing resultant oder resultant also resultate für das marketing schaffen warst auch in dieser funktion bei uns schon immer wieder zum thema customer service mit dabei waren auch beide engagiert bei unserer ersten digitalen schiff zu x im frühjahr und ja soweit mal meine einleitung aber vielleicht ich bin dafür bekannt dass ich immer einige wichtige punkte bei meinen persönlichkeiten die ich hier einlade vergesse nils was habe ich bei dir vergessen eigentlich hast du eigentlich hast du gar nichts vergessen also groß und mode ich beschäftige mich seit 20 jahren mit dem mit dem thema kunde und habe damit irgendwann mal während meiner meiner dissertation angefangen und das witzige war ich habe damals über qualitätsmessung im callcenter geschrieben und es gab genau ein ordentliches callcenter buch in deutschland und das hatte harald geschrieben also insofern ich kenne den harald schon viel länger als er mich und das zeigt auch wie früh der eigentlich irgendwie sinnvolle texte zu diesem ganzen thema verfasst hat und insofern freut es mich mega dass wir jetzt zusammenarbeiten können und auch so unsere jeweilig doch sehr sehr unterschiedlichen sichtweisen auf eine und dieselbe sache harald mehr mit seiner methodisch technischen optik ich mehr so aus meiner aus meiner strategisch methodischen optik so zusammenwerfen konnten dass wir eigentlich sagen können es gibt einen etwas größeren blick auf das thema trends im custom experience management jetzt weiß ich ja immer noch was sind immer wieder faszinierend finde du bist schon so lange in der schweiz hast du immer noch so einen schleswig-holsteinischen mundart hinten die melodie das freut sich immer noch nach norddeutschland an das kannst du auch das kannst auch nicht abstellen gerade für deutsche veranstaltung will ich das auch nicht unbedingt abstellen weil aber du könntest auch schweizerdeutsch mit dabei sprechen nein nein da ist mir mal gewalt angedroht worden von meiner bäckers frau wenn ich das noch mal versuche mundart zu reden und das habe ich dann versucht und die hat mit backwerk nach mir geworfen und seitdem seitdem lasse ich das mal sein mundart zu reden da sind die leute auch hier immer ganz dankbar die haben dann auch immer den eindruck wenn ich dann in den verschiedenen zeiten wechsel und dann ins konjunktiv falle dass das dem schweizerdeutschen auch nicht gut tut was habe ich bei dir vergessen du hast auch nichts vergessen alles gut passt soweit alles und ja ist in der tat schon witzig dass jetzt mich schon so lange kennt mit einem mit dem alten call center buch was da irgendwo hinter mir hinter dem virtuellen hintergrund immer noch am regal irgendwo steht dass das thema eigentlich schon so alt ist und wie du eingangs ja auch gesagt hast immer noch total virulent ist jetzt vielleicht durch corona noch mal ein stück weit mehr in den mittelpunkt gerückt ist und dass ich an manchen stellen doch so wenig bisher eigentlich auch bewegt hat gibt ein paar wo wo sehr viel dynamik drin ist und dann gibt es ein paar wo du denkst das hast du schon vor vor zehn jahren oder vor 15 jahren irgendwo mal gepredigt und 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 missioniert ist das gleiche schon auf verzweifeln nee ich bin nur ich werde nur zunehmend lustig überrascht vor kurzem war das jemand aus aachen der sagte kannst du nicht mal deine deine folie außen fächern in bündeln kannst du die nicht mal auf den aktuellen stand bringen ich sage wieso ja da steht ja immer noch drin fax und sms was ist jetzt damit ja ich brauche das für eine bank in frankfurt und pack doch bitte noch irgendwie chatten instant messaging dazu und dann kannst du das verwenden und die folie ist jetzt gefühlte zehn jahre alt die hatte ich schon längst bei mir irgendwo vergessen und verdrängt und die sachen kommt dann immer wieder hoch also für mich war die gar nicht mehr aktuell und das gleiche war vor kurzem mit mit einer value irritant matrix die gibt es nils seit 2007 2007 ist das publikum genau und der entromar wollte vor kurzem was zum thema lean management haben im call center habe ich gedacht mensch da hast du was geschrieben 2007 da habe ich mein eigenes werk noch mal durchgelesen außer der adresse die falsch war habe ich dann festgestellt ja welche irritant hattest du 2007 schon mal in dieser publikation drin hat bis dahin irgendwie bis heute auch nicht so sehr viele leute interessiert oder ist irgendwie in vergessenheit geraten und erst jetzt dank nils mit auch mit dem cx trend radar kommt das thema eigentlich ein bisschen verstärkt endlich in den fokus und da denkst immer wenn alle sachen zehn jahre oder 15 jahre braucht bis sie dann umgesetzt und begriffen werden dann ist das schon hin und wieder lustig und bedenklich das absurde daran das absurde daran ist ja auch dass es gar nicht mal so unendlich viele methoden und anwendungspunkte gibt im cx management bloß dass jeder meint er muss dem kind einen neuen namen geben um sich das als was weiß ich eingetragenen trademark schützen zu lassen und oder zumindest das eingetragene trademark zeichen hinter seine individuelle benennung ein und derselben sachverhalt zu schreiben und das ist das ist so eine ganz große schwierigkeit unter der wir kranken weil wir natürlich in diesem kundenmanagement auch ein ganz großteil marketing drin haben und marketing eine ganz relevante geschichte für das cx management ist aber also diese diese individual profilierung die ist die ist ganz ganz besonders schwierig und insofern werde ich dann immer komisch angeguckt wenn ich dann frage worüber reden wir denn eigentlich eine definition versuche zu bringen die sich aus gesundem menschenverstand ergibt und das hält auch vor den hochschulen nicht auf also ich wurde da zwischendrin auch mal aufgefordert für unseren master studiengang den die lehrveranstaltung etwas peppigere zeitgemäßere namen zu geben das habe ich dann getan und dann wurde mir gesagt ja ob man das nicht auch noch auf englisch formulieren könnte und das ist dann doch etwas absurd wenn man für sprach klarheit sorgen will in diesem umfeld und und dann hat man es mit diesen tendenzen zu tun aber es scheint sich nach wie vor gut zu verkaufen es geben ja auch sehr viele menschen davon aber trotzdem noch mal also harald du hast eine folie von vor zehn jahren jetzt noch mal wieder raus gegriffen aber natürlich haben wir vor zehn jahren über bei kundenorientierung ja vor allen dingen in den service prozessen über kundenorientierung gesprochen auf der marketing und vertriebsseite nie sprach schon an jetzt steckt auch viel marketing drin da war es damals ja schon noch so dass noch nicht alle märkte komplett gesättigt waren und wir eigentlich noch munter los drauf drauf los in den markt verkaufen und abverkaufen konnten das ist ja nun jetzt nicht mehr möglich und jetzt müssen auch die marketeers noch stärker umdenken da ist das nicht doch jetzt was anderes glaube ich eigentlich nicht das ist was anderes ist ich glaube dass die grundmuster die nils ja auch angesprochen hat diese strategischen dinge auf etwas auch die methodik dass das immer so ein bisschen ich sag jetzt mal böse unter die räder kommt weil wir mit neuen begriffen um uns werfen also früher hieß zum beispiel hieß das markai künstliche intelligenz das hatte so seine lieben beschränkungen war auch nicht für alles geeignet und haben uns mit neuronalen netz beschäftigt dann hieß das jetzt mal a i und weil es jetzt auch nicht mehr reicht hast das conversational a i das klingt jetzt noch moderner und noch zukunftsträchtiger und wenn man da mal genau dahinter guckt was jetzt auch der professor gentsch gemacht hat mit seiner studie stellt man entbüchtern fest auch mit anderen studien es ist noch weit davon entfernt dass es gut funktioniert es ist noch weit davon entfernt dass unter dem überhaupt wissen was sie da tun und was sie dann nutzen und wie sie es nutzen kann und ich bin da auch eher auf auf nils seite lassen es doch mal die grundlegenden muster und erfolgsmodelle und was will der kunde und was will er nicht und was ist wichtig lassen sie doch angucken und ob dahinter hey draufsteht oder chatbot oder wie auch immer ist letzten endes nicht zu entscheiden wir neigen dazu immer wieder mit neuen begrifflichkeiten gerade auch software hersteller versuchen irgendwie was neues in den markt reinzudrücken ohne dass wir wirklich begriffen haben um was geht es da eigentlich was ist für die kunden wichtig was hilft denn wirklich zu mehr umsatz zu mehr kundenzufriedenheit zu wiederkäufen und 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 nils da kannst du nichts hinzufügen doch 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 ich wollte erst mal abwarten ob du jetzt ob du neues kapitel aufschlässig muss ja ich soll hier nicht immer reinpreschen ist mir gesagt worden nein das das kernthema das was was harter anspricht ist ja ist ja ist ja spannend dass ich meine wenn du wenn du dir das anguckst value-elten matrix worum geht es geht eigentlich darum wo kann ich automatisieren und wo nicht und das ist entwickelt worden unter service gesichtspunkten das ist völlig klar gilt heute aber auch unter marketing gesichtspunkten und witzigerweise sogar unter vertriebs gesichtspunkten weil wir haben eigentlich überall wo wir hingucken in jedem unternehmen die ausgangssituation dass wir eine immer komplexer werdende welt haben ja ein komplexer heißt wir haben mehr elemente das heißt nicht dass das thema komplex ist ja das ist etwas wogegen ich mich immer wehre stellt sich immer berater hin und sagen hochgradig komplexes thema nein kundenmanagement ist kein komplexes thema kundenmanagement heißt lernen was der kunde will gucken was er bereit ist zu bezahlen und dann entsprechend den match zu finden dass wir langfristig eine gute beziehung haben und dadurch geld verdienen können das ist nicht komplex was komplex ist ist der markt an sich das heißt wir haben immer unterschiedlichere kunden ja wir haben immer mehr kunden und wir haben vor allen dingen auch im unternehmen immer mehr beispielsweise content so und dann ist die frage wer braucht eigentlich was so und das ist dieses zuhören was harald eben skizziert hat sondern jetzt ist die frage wie kriegen wir das das richtige stück wissen information oder produkt an den richtigen kunden so und diesen match zu machen das ist eigentlich ursprünglich im service eine herausforderung gewesen weil man festgestellt hat kunden wollen immer das gleiche ja das ist aber im marketing auch nicht unbedingt anders also ich sage mal die grundlegenden bedürfnisse die kunden an uns haben ergeben sich aus unserem produkt und leistungsangebot ja aus unseren kernkompetenz so und jetzt ist natürlich die frage welcher kunde braucht was wann soll dieses wann macht die ganze geschichte komplex weil sich das einfach pro kunde unterscheidet so und jetzt brauchen wir irgendwo eine logik hinten dran ob wir die nun ein nennen ob wir die algorithmisch nennen ob wir die entsprechend nach einer tabelle machen oder nach festen regeln das ist mir eigentlich verhältnismäßig egal wir brauchen eine logik in dem wir sagen ausspielungs logik was geben wir wem wann das ist in der werbung eigentlich immer schon ein thema gewesen bloß hat man werbung eben halt mit ganz wenig kanälen ganz wenig inhalten auf die breite masse abgezogen das können wir jetzt natürlich auf einzelne gruppen sogar auf einzelne kunden ausspielen so und das ist das was mit dem marketing passiert ist das ist im prinzip genau der gleiche sachverhalt richtiger kunde richtige informationen richtiger zeitpunkt ein richtiger tatsport so und jetzt jetzt passiert das spannenderweise auch im vertrieb und das ist etwas was ich unwahrscheinlich interessant finde das ist eigentlich so das thema diesen herbstes dass drei völlig unterschiedliche firmen im software umfeld auf mich zugekommen sind und haben gesagt was heißt denn automatisierung eigentlich im vertrieb und das ist für mich eigentlich ein ganz großes thema weil da gehen jetzt die unternehmen nach service nach marketing in der nächsten welle rein und überlegen sich so was sind denn typische dinge die sich im vertrieb automatisieren lassen beispielsweise das versorgen von kunden mit produktinformationen zur rechten zeit ja über die ich dann auch reden kann also mit bestehenden kunden mit bestehenden produktinformationen so und das automatisieren von zusendungen das beantworten von von klassischen fragen die überlegung wer qualifiziert für welchen rabatt ja und wenn man sich da dieses thema anguckt das ist alles noch nicht so wahnsinnig weit und das kommt jetzt so sukzessive eigentlich rein methodisch dahinter steckt aber das gleiche was wir eigentlich seit 2007 kennen kern idee aber jetzt seid ihr da natürlich finde ich schon ziemlich weit vorgehuscht sozusagen jetzt im gesprächsthema bezieht sozusagen unsere große heraufforderung ist jetzt schon eigentlich die ganze automatisierung von individualisierter kommunikation sei es im service also marketing oder vertrieb vor dem muss ja erstmal überhaupt das verständnis über die individualisierte kommunikation stehen und das verständnis dass wir den kunden auch so unterschiedlich wahrnehmen seht ihr das als ausreichend gesetzt in der realität bei den unternehmen sehr sehr gute das ist eine sehr sehr gute frage also wir haben mal als ausgangspunkt da meine 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 business philippiker genommen die meine sieben thesen die ich mal entwickelt habe auf meinem blog zum thema was kommt denn eigentlich nach customer experience management und kernpunkt ist wenn wir uns customer experience management anschauen dann ist das in sich ja erstmal erstmal schon gegenüber dem crm gedanken wurde wert eigentlich kunden wert im hintergrund stand eigentlich erstmal tatsächlich schon mal ein rückschritt weil jetzt wird da vorausgesetzt okay wenn jemand eine gute gesamt experience hat wird der schon mehr kaufen und so rechnet sich ja auch ein nps wenn du einen detraktor zu einem unterstützer machst dann kauft der x produkte mehr dann kauft der dann empfiehlt der x mal weiter oder bleibt länger kunde so das passiert aber nicht automatisch in jedem kunden ja sondern das passiert im durchschnitt das können auch die kollegen von bain relativ gut nachweisen und jetzt ist es ja eigentlich interessant sich zu überlegen bei welchem kunden ist das denn besonders wahrscheinlich bei welchem kunden sind wir denn besonders daran interessiert eine gute beziehung zu haben so und da habe ich eigentlich gesagt wir müssen den kunden deutlich besser kennenlernen das wird halt methodischer momentan wir machen ja rauf und runter momentan customer journeys also in vielen vielen unternehmen erschöpft sich ja das thema experience management an journey mapping ja wir machen eine journey wir designen eine journey und dieser bereich design was eigentlich nur ein ganz kleiner teil von customer experience management ist der ist relativ gut relativ gut abgedeckt aber die wenigsten unternehmen haben sich vorgängig überlegt was will ich denn damit eigentlich erreichen im sinne von geld verdienen und was muss ich denn über meinen kunden wissen um dessen journey in den richtigen kontext zu setzen und hier meine produkte und dienstleistungen so zu verkaufen dass der kunde das nicht nur als eine problemlösung ansieht sondern vielleicht auch als eine überdurchschnittlich gelungene problemlösung ansieht also eine rundum positive experience hat und sich zumindest nicht darüber aufregt dass er zu viel aufwand mit uns hat das ist eine geschichte dann sind wir bei dem thema daten 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 das ist in der vergangenheit ja auch schon immer stief mittler mittlerlich behandelt gewesen also wenn man mal guckt wie gut sind die überhaupt die die adressen gepflegt im unternehmen was ja eine grundvoraussetzung ist für viele dinge dann stellt man ja schon fest da liegt keine besondere große sorgfalt drauf kann ein unternehmen was in den ziel vereinbarung der vertriebler vereinbart hat ein vertriebler darf bei böhringer mannheim nicht zu verwechseln mit böhringer inheim ein vertriebler bei böhringer mannheim darf wenn der quality customer adress index unter einem bestimmten wert sinkt also aktuell vollständig und richtig die haben ein ganz einfaches modell dafür dann darf der keine neuen vertriebskampagnen starten und hat außerdem kostenloses mittagessen beim vorstand was meistens nicht sehr lustig ist und es gibt ganz wenige unternehmen die so ein qualitätsindex für ihre daten haben so jetzt kommt das thema wir haben jetzt wie nils das ja auch angesprochen hat kommen also kommt komplizierterer kundenreisen ich mit dem mehr kanäle und mehrere touchpoints einmal vor einmal zurück und nochmal irgendwo und für diese kundenreisen brauche ich ja auch daten wo kommt er her aus welchem kontext heraus handelt er was will er wo war er vorher und 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 wenn ich dann noch nicht mal richtige adressdaten habe also ein großer automobilhersteller was vor kurzem habe ich das gelernt eine inhaberin eines relativ großen einrichtungshauses in stuttgart noch eine probefahrt einladung für den verstorbenen mann der übrigens vor zwei jahren schon verstorbenes und sie selbst kriegt drei einladungen dann brauche ich mir customer journey mapping und so weiter keine gedanken mehr zu machen also die die probefahrt wird nicht stattfinden auch nicht die nächsten customer journey schritte werden stattfinden weil ich vorher schon im ersten schritt alles verhunzt habe mit mit schlechten daten irgendwo also dieses thema der daten angefangen von guten und gepflegten adressbeständen bis hin zu wann muss ich welchen content einspielen wo befindet sich der kunde aus welchem kontext heraus handelt er was ist seine absicht das ist dann noch mal eine stufe höher da sind viele unternehmen noch nicht besonders gut aufgestellt aber da kommen jetzt steigen wir jetzt stärker schon mal in das thema jetzt auch rein was nils ja schon in seinem blogbeitrag jetzt auch angekündigt hat für mich ist ja nicht die frage dessen dass die unternehmen nicht irgendwie schon customer journey orientierung haben das haben sie vielleicht so aber das bezieht sich immer nur an auf diese planungs und design phase wie du es eben schon gesagt hast und da bleibt es dann irgendwie stehen und das beispiel was du gerade harald angeführt hast ich finde ich glaube ja nicht dass das unternehmen dort der automobilhersteller irgendwie falsche daten eingekauft hat sondern vielleicht war ja auch der verstorbene manche einfach hat diese journey mal angefangen aber es wurde dann in der journey nicht berücksichtigt dass sein status sich vielleicht irgendwann mal verändert oder der lebenszyklus darin abgebildet ist also dass das einfach immer die planung und die design phase auf einen zustand heute ist aber dann nicht mehr weiter für die aussteuerung und die weitere optimierung genutzt wird ja also die adresspflege hat eigentlich mit jörnys nichts zu tun adresspflege sollte eigentlich dass die pflicht aufgabe die sollte in dem in den ziel vorgaben eines außendienst das drinstehen wie oft muss er regelmäßig kontakt mit seinen wichtigsten kunden haben wir reden nicht über einen kleinen kunden wir reden einen der vielleicht zehn firmen autos hat und privat dort auch eingekauft hat seine autos wenn da die adresspflege so gut ist dass der verstorbene mann von vor zwei jahren immer noch mit drin ist da muss ich sagen hat mit journey nichts zu tun das ist einfach eine ganz schlechte innere einstellung zum thema adressen datenqualität und wertschätzung gegenüber kunden da brauche ich noch nicht mehr über journey reden aber ich gebe dir recht auch das operative umsetzen vom customer journey mapping ist was geil ist für die marketing leute da stehe ich unverbindlich irgendwo von solometer plan waren klebe lustige poste zettel irgendwo dann gebe ich das in eine software rein das sieht mega geil aus wenn ich mit zum diener nullblatt irgendwo zum vorstand gehen kann kann sagen guck mal wir haben jetzt eine ganz tolle customer journey das ist auch unverbindlich aber wenn es dann heißt ja was heißt das konkret in der praxis irgendwo verbessern wir jetzt denn mal die erreichbarkeit bei unsere service hotline der google suche tauchen wir erst auf der zweiten seite auf und wir sind gar nicht auffindbar auf der ersten kümmert sich der jemand drum wenn man an dieser kleinen nitty-gritty dinge dann mal denkt und sagt das müssen wir jetzt mal konkret umsetzen wir haben in der journey festgestellt dass der kunde das was wir da geschrieben haben gar nicht versteht schreibt jetzt jemand den text um bis wann tut er das wir scheitern immer wieder an den gleichen dingen wie gesagt journey mapping ist eine geile geschichte unverbindlich bunt lustig kannst den vorstand mit beeindrucken und es hat ja keine relevanz keine konsequenz wenn da nicht jemand sagt wir haben das so viele dinge identifiziert wer kümmert sich denn jetzt bitte dann müssen wir das ganze natürlich noch weiter drehen in den allermeisten unternehmen werden solche journey mappings ja nach wie vor schön mit postes gemacht und dann übertragen wir dokumentieren das mal entweder in einem in einem powerpoint oder in einem excel so und dann hat man auch vielleicht identifiziert was man tun sollte dann tut man das vielleicht auch aber jetzt auch die frage wann wird das denn angepasst und wird das in allen versionen angepasst und wird es bei allen angepasst bei denen diese dieses powerpoint excel oder word dann hingeflogen ist so und das ist natürlich das ist natürlich also eine eine händische sisyphus arbeit die in die vollkatastrophe führt weil sie zu namenloser verwirrung führt und ich vergleiche das immer eigentlich mit einem logistik system wir führen unseren lagerbestand auch nicht mehr in excel oder in powerpoint das machen wir nicht sondern aber eine erp software hinten dran und dementsprechend ist das thema mapping ja nicht nur unter grafischen gesichtspunkten wichtige geschichte unter analyse gesichtspunkten sondern auch unter management gesichtspunkten und das ist so einer der punkte wo wir dann sehr schnell von den daten eigentlich zum management kommen ja wir haben du hast ja damit angefangen sehr schön so dass so eine wissenslücke ja wir wissen zu wenig über unseren kunden wenn wir das dann einmal aufgefunden haben ja dann wollen wir ja auch was verändern so und wer merkt die veränderung wieder zurück in den in den journey stand ja also ich sage ja das thema customer experience management ist in einigen teilen sogar ein rückschritt also wir reden im crm seit 2000 peppers und rogers haben damit angefangen ja seit 2000 reden wir von lernenden prozessen ja von einem closed loop prozess das sind dinge die haben aus dem qualitätsmanagement aus japan aus den 1980er jahren ja keinen fehler zweimal machen denn sonst heißt das wie doof so und genau das wollen wir nicht wollen intelligentes management machen und deswegen sage ich wir brauchen auch die richtigen tools dazu und das ist häufig das ist häufig noch gar nicht so richtig verstanden worden was eigentlich ein tool mit mapping mit lernenden prozessen und mit dem vermeiden von fehlern zu tun hat im endeffekt geht es darum wie in jeder schönen beziehung zwischen menschen wir wollen fehler vermeiden ja das ist ja in beziehung auf jeden fall aber wir wollen fehler vermeiden das ist ja das was ich meine die customer journey darf nicht nur planungstool sein sondern ist das steuerungstool sein das funktioniert ja erst wenn ich den rückfluss von den ereignissen die da draußen entlang der customer journey passiert sind auch wieder zurückspiele als datenform und gucke okay stimmt das mit dem ursprung mit mein planungs version sozusagen bein und daran muss man ja ständig arbeiten weil ich ja plus plus noch der punkt es muss eigentlich wie ich das mit 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 böhringer gesagt hatte es muss von oben dann auch eingefordert werden und sanktioniert werden als es nutzt ja nichts für eine stabs abteilung custom experience macht und die sagt ja da müssten wir jetzt mal das und das ändern irgendwo nein da muss irgendjemand aus dem vertrieb aus dem marketing und service sagen achtung das kostet mich zu viel geld oder oder der ski financial officer kommt und sagt also dieser vertriebs und marketing prozess so wie wir ihn jetzt haben kostet einfach zu viel geld wir machen zu viele fehler wir haben doppelarbeiten der kunde muss ständig wieder anrufen weil die lieferung nicht korrekt ist oder fehlerhaft ist oder etwas nicht versteht das kostet uns dann im customer service sehr viel geld ich möchte dass das bis zum datum abgestellt wird wer ist dafür verantwortlich so und jetzt kann man das da hatten wir zum guten punkt angesprochen es gibt hier erste ansätze von software system die machen nicht nur das mapping sondern die nehmen auch in echtzeit daten auf entlang des prozesses process mining was auch immer speisen das in system und es gibt eine so eine art nie projekt management tool wo man sagt wir haben in der journey nummer eins folgende punkte identifiziert die sollen abgestellt werden wer ist dafür verantwortlich bis wann und 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 dann wird daraus ein schuh wenn man sagt also das kriegt jetzt eine gewisse verbindlichkeit auch für das management das sind dinge die sind terminiert die sind priorisiert die sind mit geld und ressourcen verstehen die müssen abgestellt werden dann wenn man dann wieder die ergebnisse aus der nächsten echtzeit beobachtung dagegen laufen lässt und feststellt ja der kunde ist jetzt zufrieden an dieser stelle der bricht den prozess nicht ab sondern der warenkorb wird nicht nur gefüllt sondern der wird auch bezahlt dann wird ein schuh aus customer experience management ist das das was du nirgst auch in deinem nach vorne vorhin auch schon von automatisierung gesprochen hast dass das dann den grad von automatisierung auch in diesen cx und customer journey management entsteht mit sicherheit mit sicherheit also automatisierung heißt ja nichts anderes dass wir regeln für sowas haben und die 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 mehr regeln wir haben die möglichst schnell und automatisiert abgearbeitet werden desto weniger fehler können eigentlich entstehen das bedeutet aber dass und das ist eigentlich die ganz große schwierigkeit dieses dieses thema kunden management hat unwahrscheinlich was mit details mit mit eins stellschrauben und mit immer wieder dranbleiben zu tun und das ist das ist eben halt dann nicht dass das fröhliche zettel kleben damit zu tun dass wir uns wirklich genau überlegen müssen wo können wir unsere prozesse für uns und für den kunden schneller effizienter und auf der anderen seite im verkauf und marketing aber auch effektiver machen also wo können wir eigentlich eigentlich mehr dem kunden das bieten was er tatsächlich was er tatsächlich braucht also wir sprechen da mehr und mehr jetzt auch gerade vor dem hintergrund so von 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 voice bots von persönlichen assistenten sprechen von intent und 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 da geht es also hin dass wir also den intent des kunden rausfinden was will der denn eigentlich erreichen ich gebe mal ein klein ich mal ein kleines beispiel ich habe sehr lange hier mit der größten telekommunikationsunternehmung in der schweiz zusammengearbeitet und die hat folgendes festgestellt dass sie immer wieder kunden haben die ihre anliegen über e mail formulieren und dabei auch nicht besonders gut schreiben können der mitarbeiter im kundenservice liest das ganze und stellt fest dass es nicht versteht nun hat diese unternehmung aber eine regel gehabt die sagt relativ einfach eingangsregel gleich ausgangsregel ja weil man annimmt der kunde der uns ein e mail geschrieben hat der will auch ein e mail zurück bekommen so jetzt stellt der mitarbeiter also fragen per e mail zurück der kunde kann dadurch dass ein mitarbeiter fragen zu seinem e mail stellt nicht plötzlich besser schreibt ist in den allermeisten fällen so und schreibt irgendwas wieder zurück was fragen aufwirft ja und was machen die die spielen e mail ping pong so und jetzt ist natürlich die frage was will der kunde eigentlich was der intent vom kunde der kunde will sein problem gelöst haben der will nicht eine e mail zurück der will sein problem gelöst haben also geht es darum den kunden anzurufen und zu verstehen sprachlich telefonisch was wilder und entsprechend abzuarbeiten so werden wir schneller ja und so vermeiden wir so vermeiden wir fehler und das heißt wir suchen schlaue regeln und nicht dumme regeln und deswegen müssen wir uns mehr mit dem intent des kunden beschäftigen intent brauchst du brauchst du beispielsweise wenn du mit sprachassistenten fehler arbeitest ja da musst du dir immer wieder die frage stellen wenn ein kunde etwas sagt in einer bestimmten situation was meint der was will der und wie sieht seine rahmensituation aus was ist sein intent welche aufgabe will er erledigt haben so jobs to be done konzept ist das sehr nah dran kann man nehmen aber grundsätzlich geht es um intent schätzung so und dabei ist es wichtig einen richtigen intent zu haben und der richtige intent ist hier problemlösung lösung und nicht e mail antwort ist das einigermaßen einigermaßen verständlich erklärt björn mich schon und ich glaube auch für da draußen ist du weißt ja da immer auf das tolle buch was auch in deinem blogbeitrag gebracht hast age of intent dass das natürlich halt einfach nicht jeder jeder kunde in in unterschiedlichen situationen eventuell was ganz anderes haben willst und wir das identifizieren müssen und darauf gerecht an handeln müssen und nicht irgendwie weil wir den kunden in ein cluster eingeordnet haben der hat einen blauen anzug und deswegen kriegt er die maßnahme für die leute mit dem blauen anzug so genau der punkt also schublade war schublade war gestern und diese ganzen konzepte die sind und und harald hat das ja sehr schön gesagt die sind ja von von der von der von der vorgegebenen logik her zum teil sehr sehr alt die sind so um die zweitausender jahre entstanden bis 2010 auch so das thema kundenwert damit konnte die wirtschaft aber damals noch wenig anfangen weil die systeme es einfach noch nicht gebracht haben die darin vorgeschlagenen regeln so schnell und pragmatisch im kundenkontakt umzusetzen dass der kunde davon auch mehr wert hat ja das wurde dann als theoretisch und als als nicht machbar und als hat sich einer was ausgedacht ab qualitiert den medienbruch letztendlich also zwischen der kunde interaktion und dem was wir so im planungs zu entworfen haben ja nicht nur medienbruch ist also es gibt im jahr 2000 gab es eine cm software die gibt es leider nicht mehr die ist coriant die ist dann aufgekauft worden von pegas systems und die hatte das konzept von next best action entwickelt was nichts anderes ist was will der kunde und was wäre aufgrund seines kundenwertes seiner kundenreise seiner absicht seines kontextes was wäre für diesen kunden der next beste schritt also natürlich auch für uns als unternehmen weil wir wollen in der langfristig behalten mehr verkaufen dieses next best action konnten die damals nicht umsetzen weil sie technologisch keine echtzeit anreicherung von daten keine prognose modelle hatten aber dieses konstrukt von next best action war damals schon richtig heute gibt es die systeme thunderhead kite wie auch immer die heißen da kannst du das in echtzeit machen das konstrukt aber wie ist jetzt schon mindestens geschätzte 20 jahre alt aber zum teil konnte es nicht umgesetzt werden und was wir jetzt noch mal wieder lernen müssen ist wir müssen auch diese methodiken richtig verstehen intent absicht wo kommt der kunde her also ohne diese logiken ohne dieses verständnis muss natürlich dann auch die technologie nichts und das ist so ein bisschen was ich manchmal vermisse wir also viele unternehmen hecheln neuesten technologischen trends nach ohne wirklich zu verstehen wie der maschinenraum dieser technologie aussieht und was sie denn wirklich tut was sie auch schlimmes bewirken kann mir vor kurzem kunde gesagt also diese selbstlernen prozesse bei einer dokumenten erkennung können dann dazu führen dass ein falsch verstandenes dokument richtig eingestuft dazu führt dass die nächsten fünf dokumente die alle falsch sind als richtig eingestuft werden und weil jeder sagt ja wir haben jetzt ja machine learning wir haben jetzt ja und das ist ja alles toll dass das system sagt wieso du hast mir doch gesagt dieses falsche dokument ist richtig also habe ich die nächsten fünf auch so eingestuft also hin und wieder müssen wir uns halt schon vergewissern was haben wir der für eine maschine eingekauft für eine logik und was tut die wenn ich die nicht verstehe dann mache ich eventuell auch den größten unfug auf diesem planeten wir haben jetzt gleich ein bisschen zeitproblem wir haben schon ein paar fragen da draußen eigentlich wurde ja auch noch eine blog parat auf deinen blog beitrag noch stärker eingehen aber hier trotzdem noch mal eine frage letztendlich hapert es bisher ja immer dass wir einfach diesen gap zwischen also ich halte immer noch fest dass wir halt irgendwo digital erst mal ein verständnis von der journey hatten das dann vielleicht auch mal in irgendein digitales planungssystem so vielleicht sogar im besten fall gemacht daneben operative systeme hatten die aber gar nicht mit diesem planungssystem sei es analog oder digital vernetzt war letztendlich hapert es immer dass wir nicht vollständig digitalisiert waren hat corona da jetzt was verändert mit dem dass alle digitaler werden müssen und zwangs digital die sich zwangs digitalisieren müssen kommen wir jetzt ein step weiter zu dem zu unserer vision also es gibt unternehmen die werden ein stück weit zwangs digitalisiert da hast du schon recht also die versicherungen zum beispiel haben jetzt aus der not heraus weil ihre außendienstle nicht mehr in das wohnzimmer ihrer lieben potenziellen kunden können sie haben ein system eingeführt wo sie einen kunden digital authentifizieren können sie können gemeinsam formular ausfüllen produkte erklären und kriegt eine digitale signatur hat sich jetzt deswegen an an deren konzept von kundenverständnis und management was geändert nö die haben das ganze nur digitalisiert es gibt so einen schönen spruch den habe ich immer noch in meinem kopf drin i'm still confused but on a much higher level also die haben jetzt nur einfach einen prozess den sie vorher schon nicht richtig gut verstanden haben digitalisiert ich glaube das wird die unternehmen nicht retten wenn sie etwas zwangs digitalisieren dann haben sie mehr daten noch mehr komplexität geschaffen aber nicht zwangsweise sind sie deswegen besser noch bezüglich digitalisierung es gibt branchen für dieses natürlich überlebenswichtig wird also das ist der handel so und wenn wir uns jetzt den handel anschauen dann 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 laufen die ihnen in diese ganz große service falle rein weil wenn wir uns bisher handel anschauen wie hat er funktioniert stationäre handel kunden haben was im stationären handel gekauft es gefiel ihnen nicht es passte nicht es war nicht das richtige geschenk sie haben es zurückgebracht wohin in den handel so und jetzt kaufen sie das per 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 internet stellen aber fest wir müssen das dann zurücksenden so es kommt jetzt dann zurück sondern die erste frage ist ja eigentlich wo ist mein zeug eigentlich was ich bestellt habe wann ist das zeug bei mir ist das richtige zeug und das zeug gefällt mir nicht ich will wieder zurück damit so und wenn ich dann nicht wirklich performant und vor allem skalierbar bin im kundenservice hinten dran habe ich natürlich das problem dass ich mich wegen immer der gleichen frage im kreise drehe und kunden die ein problem haben mit einem händler dem sie geld bezahlt haben die die geben das ja nicht von heute auf morgen auf sondern die rufen dann doppelt dreifach und vierfach an und wir haben es jetzt gerade wieder für den ich glaube für sechs siebt größten händler hier in der schweiz verifizieren können dass ein kunde der zweimal wegen des gleichen problems anruft ja dass der nicht 100 prozent mehr kostet sondern 120 prozent mehr kostet im einzelnen ruf so und das ist natürlich dann eine kostenfalle die nicht unbedingt dazu beiträgt dass das ohnehin schon schwere setup was wir im handel haben jetzt in irgendeiner art und weise leichter wird also da muss eine zwangs digitalisierung stattfinden allein unter machbarkeits gesichtspunkten da gibt es doch meine handels sicher da gibt es ja genug gute digitale start-ups firmen die da schon eigentlich alles vorgelegt haben und die ist ja können warum orientiert man sich daran nicht und müsste man nicht jetzt sogar einen schritt weiter gehen kurz noch in richtung im endeffekt was man halt mit diesem wie heißt das charles oder so konzept wo es halt dieser chat oder conversational basierte einkauf ist wo man halt über den intent über den dialog den richtigen intent hat so dass man diese retouren die man vielleicht erzeugt eigentlich auslöscht weil man eigentlich wirklich das geliefert hat was der andere haben möchte ja aber dafür brauchst du natürlich eine gewisse gewisse logik vorab und die entwickelt sich nicht von heute auf morgen und der ganz große problem ist warum heißen einzelhändler einzelhändler weil sie einzeln handeln ja also wenn 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 da nun jeder markt hingehen und sage welche lösungen gibt es da lassen sie zukaufen dann wären wahrscheinlich viele probleme nicht existent aber man muss ja alles immer selber erfinden und zum teil verstehen sie das ja auch nicht also es gibt ja viele die dann auch zwangsweise online shops eröffnet haben weil ihre geschäfte halt immer weniger nachfrage erzeugen irgendwo jetzt in deutschland keine großen ketten nehmen die jetzt auch mittlerweile alle online läden haben wenn du in diesem online laden etwas kaufst und will es zurücksenden dann stellst du auf einmal fest wie viele hürden die da eingebaut haben und wie schwierig das ist alles was bei amazon einfach ist ist nicht das ergebnis von das ist denen so im übernacht eingefallen das war eine göttliche eingebung das einfache sondern es ist das ergebnis von sehr sehr viel harter detailarbeit wo kann der kunde hängen bleiben was müssen wir tun stimmt die der produkt label mit den bezeichnungen auf der rechnung überein kann der einzelne produkte zurückgräben oder nur gesamt und 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 da gibt es ganz viele kleine details die dann mit einer lösung alleine nicht erschlagen werden weil die lösung wird dann sagen sag mir bitte die regeln nach der ich eine rücksendung jetzt fertig machen soll wenn du lieber mensch mit die regeln nicht gibst dann schicke ich alles zurück oder gar nichts und dann sagt der händler ja ich habe doch das beste system gekauft das system sagt insgeheim im inneren mein gott ist der typ der vor dem bildschirm blöd weil ohne die regeln kann ich das noch mal nicht machen aber da kommen wir ja zu dem punkt den du und jetzt versuche ich mal zu dem blogbeitrag zu zu führen der auf jeden fall für alle lesenswert ist unter hafner und cam.blogspot.com wo du ja das thema aufgegriffen hast du diese beitrag zur blogparade beyond cxm geschrieben hast wurde aber gesagt dass eigentlich müssen wir noch gar nicht drüber hinaus gucken sondern wir müssen es heute erst mal richtig machen und hast da sieben punkte aufgeführt wie man es richtig mag an dem muss man sich doch nur orientieren oder naja also um erst mal die basics zu verstehen ja und das heißt für mich also vor allen dingen erst mal erst mal eine wertorientierung reinbringen damit ich überhaupt eine business logik habe business logik heißt meine geschäftsleitung davon überzeugen warum ich kundenorientiert sein will ja weil ich mehr geld verdienen will so und weil ich auch ein business case habe und denen entsprechend auch rechnen kann so dass der erste punkt und der zweite punkt ist dann dass ich mir überlegen muss was heißt das für mich und da mal wirklich wegzugehen von diesen ganzen bullshit begriffen und zu sagen okay was sind meine methoden die ich benutze beispielsweise zum automatisieren beispielsweise für wirklich tolle dialoge für tolle erlebnisse und auf der anderen seite mir dann überlege wie setze ich das dann im unternehmen um so dass das nicht eine abteilungsaufgabe wird sondern dass das im prinzip eine unternehmensaufgabe wird das sind ja eigentlich die eigentlich die dinge auf die ich dort auf die ich dort hinaus gehen wollte indem wir ein besseres verständnis für den kunden haben und das dann eigentlich auch besser für uns nutzen das sind eigentlich so die kernaussagen dort und ich habe mal ein bisschen pointiert dargestellt was machen wir denn heute in den allermeisten fällen und das ist auch ganz ganz gutes interesse gefallen also das haben jetzt irgendwie dreieinhalb tausend kunden oder dreieinhalb tausend menschen gesehen gelesen und auch relativ breit diskutiert im internet und ich bin mal wirklich wirklich gespannt ob ob wir hier in den nächsten jahren eine veränderung sehen also ich mache es jetzt seit 20 jahren dass ich mich mit dem thema beschäftige halt noch viel länger und du hattest zu anfang gefragt sind wir nicht manchmal auch ein bisschen müde nö eigentlich nicht weil das schöne ist ja dass wir bestreiten dadurch unseren lebensunterhalt und solange die situation so ist wie sie ist werden wir nicht arbeitslos und das ist dann auch wieder das was uns dann zum schluss eigentlich sagen lässt ja dann schauen wir mal mit welcher idee sie jetzt als nächstes um die ecke kommen ja ein wesentlicher punkt dabei ist ja man also auch wenn man kundenzentriert handeln will man kann vieles automatisieren durch digitale systeme abbilden und um dort natürlich effizient die interaktion auszusteuern aber aber die optimierung weiterer interaktion und worauf man so sich fokussiert da muss man dann immer natürlich sollte man da einen strategischen plan haben und da habt ihr immer wieder eure cx oder cx radar natürlich wo man einmal so 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 dann die 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 felder findet in denen man halt sich noch optimieren muss ist es richtig und das wäre ja so schon sinnvoll dass mal flächendeckend zu benutzen oder nicht um da wirklichen schritt freund zu kommen ja der radar ist ja wirklich als orientierungshilfe auch für für manager konzipiert worden das war ja unsere idee mit zum reifegrad modell was eigentlich ja standard irgendwo schon draußen ist mit den 30 kategorien people process technology und dann diese einordnung wo in welchem feld stehen wir gerade in orientierung zu geben und zu sagen es gibt themen naja die sind vielleicht noch in den visions stadium das kannst du dir mal angucken aber das ist noch nicht immer mehr so relevant für dich und es gibt andere die rücken in stärke an den mittelpunkt mit denen solltest du dich beschäftigen ich glaube das ist deswegen auch schon ganz gut gelungen da weil die die diskussion die wir auf linkedin sing und anderen plattform haben die reißen ich ab obwohl wir jetzt schon auch längere zeit ja also das neue radar ist erst in werden für nächstes jahr wir haben ja nichts neues veröffentlichter zeit und trotzdem die anzahl der views und downloads und wie auch immer reist nicht ab ganz im gegenteil das ist auf einem extrem hohen niveau was mich wirklich in der form habe ich das so noch nicht erlebt mit beiträgen dass der so hoch bleibt und immer wieder diskussions beiträge dazu kommen und 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 also es scheint etwas bewirkt zu haben das war ja unsere absicht eine diskussion anzustoßen unternehmen ich glaube auch dass daraus dann irgendwann aktionen folgen werden dass die unternehmen sagen wir wollen jetzt mal systematisch irgendwie das thema anpacken und 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 also bisher glaube ich haben wir damit den nicht nur den nerv getroffen sondern auch was angestoßen und bewegt und ich glaube dass es ganz gut gelungen bisher es führt vor allen dingen zu austausch also das ist das das ist das was ich was ich spannend finde also wir machen das ja beide jeweils für uns schon relativ lange bei mir sind das immer so 30 40 50 leute mit denen ich da jeweils drüber gesprochen habe was und die crm jahrestrends waren in den letzten zehn zwölf 15 jahren und jetzt habe ich also zum ersten mal die ausgangssituation das dank dank dieser dieser zusammenarbeit und auch dank der der tiefe die wir jetzt hier haben hinter jedem dieser trends liegt ja ein reife und entwicklungsgrad modell und dementsprechend auch die datenpunkte dass jetzt beispielsweise auch mal eine firma forrester kommt und sagt hey jetzt lass uns doch uns mal darüber unterhalten lass uns mal über deine prognosen lassen unsere prognosen unterhalten da für ich in der nächsten wochen ein gespräch mit einer senior analystin und das machen wir auch als podcast also insofern auch das wird dann als hafen das cx podcast dann in den nächsten in den nächsten wochen ausgestrahlt und das finde ich eben halt spannend wenn plötzlich also so diese diese unternehmen wie forrester wie gartner plötzlich kommen von sich aus und sagen aha das sind also dinge die wir auch noch mal mit diskutieren wollten da die natürlich auch in ihren märkten jeweils eine gewisse themenführerschaft haben durchaus das ist aber auch nicht jedem zugänglich um es mal auch so zu sagen also so ein durchschnitts ceo und wir arbeiten ja mit sehr sehr vielen unternehmensführern zusammen der wird ja von beratern und von kongressen und von zeitschriften überschwemmt mit anregungen ja da ist ja jeder die an dieser zielgruppe ist ja jeder interessiert dem anregungen zu geben so ich finde es ist die bräuchten einfach nur zu uns kommen so anders alles ich habe es mir ja gedacht das wäre jetzt so die nächste überleitung nichtsdestotrotz geht es ja darum den leuten klar zu machen das ist relevant dieses nicht so relevant so und ich glaube das muss man auch mal auf einer systematischen vor allem längerfristigen ebene tun wir haben ja ein zeitschranke eigentlich unsere interne aber schon überschritten aber nils du hast eine zeitschranke aber trotzdem nicht kurz hier mal auf eine frage auch vom ralf noch ralf korp eingehen der hat immer mal wieder mit kommentiert hatte und vorhin auch eine frage zu deiner automatisierung im vertrieb der sich sehr stark auch mit dem cmt immer beschäftigt frage welche automatisierungsansätze im vertrieb sind denn jetzt bereits im angriff weil du das vorhin schon so angeführt hat ist welches mal was meinst du hast wenn man wenn man recherchiert beispielsweise zum 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 thema sales enablement oder sales engagement findet man da sehr sehr viel also gerade sales engagement ist glaube ich ein relativ wichtiger punkt weil wir jetzt eigentlich dazu übergehen das ganze thema automatische content ausspielung ja also wir sind in kontakt mit einem einkäufer zum beispiel und der einkäufer übermittelt bestimmte spezifikationen und fragt nach den genauen produkt abmessungen beispielsweise so das hat für einen für einen systemverkäufer oder auch für einen für einen maschinenverkäufer hinten dran immer eine unzahl von tätigkeiten die damit ausgelöst werden so und das passiert regelmäßig und lässt sich über regeln abbilden und das sind ähnliche regeln wie wir sie eigentlich im self service kennen oder in einer in einem chatbot wenn dann so bloß dass die jetzt im sales eigentlich ablaufen und zeit fressen von dem wirklich sehr gut ausgebildeten lösungsverkäufer das ist ein thema das ist im b2b momentan relativ große werde die im anflug ist wo unternehmen gegründet werden wo ganze abteilungen aufkauft werden von den groß großen software herstellern und wo man sich überlegt wie kann ich eigentlich das machen was ich im service schon gemacht habe nämlich die zeit sparen indem ich von standard anfragen weggehe wie ich im marketing eigentlich das timing hinbekomme richtiger kunde richtiger zeitpunkt im sales dann entsprechend eigentlich zu sagen was sind denn die standard aufgaben von höchst qualifizierten verkäufern software maschinen umfeld system umfeld chemie und so weiter und so fort und wie kann ich diese aufgaben jetzt so standardisieren dass der verkäufer beispielsweise mehr zeit hat im unternehmen basis technologien zu erklären ja wie gehen sie mit technologie um dass der konflikte moderieren kann im im unternehmen während eines kaufs prozesses da gibt es ja durchaus konflikte dass die einkaufsabteilung das will und die produktionsabteilung will dass das unterscheidet sich aber beispielsweise im preis so das unternehmen was jetzt lieferant ist das muss irgendwo sinnvoll eine lösung dafür bringen und das sind eigentlich eigentlich dinge die jetzt langsam aktuell werden finde ich ist eine ganz ganz spannende perspektive auf dieses auf dieses thema und nach service und marketing kommt das jetzt eben halt auch verkauf eine andere frage hier die sich vielleicht hat kannst du dazu einsteigend eine antwort geben wo die frage war dass wir vorhin ja von dem closed loop hat im rückfluss und der optimierung der customer journey gesprochen haben wo soll man da ansetzen was was sind da eure tipps und empfehlungen um zu diesen punkten hinzukommen denke ich mal ist das der hintergrund also ich gehe jetzt mal davon aus dass jemand seine customer journey dann gut die zeit hat gut implementiert hat jetzt geht es darum die messpunkte und den closed loop hinzukriegen also wir haben ja oft customer journeys die bestehen sowohl aus offline punkten als auch aus online punkten bei online ist das relativ einfach da kannst du immer digitalen messfühler ansetzen der dir dann da wo du willst und wie oft du willst die daten abzapft bei offline also im geschäft draußen ist es ein bisschen schwieriger das heißt aber doch immer diese drei punkte da sind sie zufrieden ja oder so zumindestens mal ist es wichtig dann dass ich die gesamthafte reise abbildet die entsprechenden messfühler habe ob jetzt mit punkten oder wie auch immer qr code macht die bar dass ich da die entsprechenden dinge abzapfe und dann zurückspiele da hatte ich eben darüber gesprochen es gibt diese ansätze ja dass diese visual mapping software leute verstanden haben dass sie ein cx experience management modell haben müssen mit projektmanagement und neuen aufgaben das ist immer deutlich sichtbarer jetzt und wenn ich dann diese systeme nutze die entlang der digitalen oder offline reise das abgreife das kann zufriedenheit sein das können aber auch neue systeme sein die aufgrund der erkennung und analyse der sprache sagen dieser kunde hat an dieser stelle im prozess eine große irritation erfahren er ist frustriert und er hat nicht die absicht diesen prozess mit ihr weiter zu führen also gibt mittlerweile systeme die alle interaktionen mit einem kunden textlich oder verbal analysieren können und dann auch sagen können wo an welchen stellen entlang der kundenreise bricht der kunde ab wo ist er frustriert oder wo ist er hoch motiviert wenn ich das wieder mit meiner kundenreise verbinde dann habe ich ein closed loop jetzt muss ich nur eins machen die verbindung zum management und muss sagen wir haben uns hier eine kundenreise ausgedacht die aber in echt nicht so läuft wie wir uns das geplant haben wir haben gedacht vom von der webseite geht es dann zum sprachdialog zum call center und dann zum bestellen und jetzt stellen wir fest wie von den 100.000 auf der webseite gehen und 20.000 ins sprachdialog system und von denen gehen wir 2000 ins call center haben wir uns toll ausgedacht jetzt haben wir auch die rückmeldung der kunden geht nicht abbruch dann dann muss das erfolgen vom management was sind die ursachen haben wir fehler gemacht sind wir unverständlich sind wir zu kompliziert rauben wir dem kunden die zeit was auch immer und wenn das dann sie sich wieder findet in einer optimierung von bestimmten dingen oder vielleicht sogar zur kenntnis zu nehmen sprachdialog haben uns ausgedacht aber die kunden wollen es nicht ganz wegschalten kann ja auch ein punkt sein dann wird daraus ein schuh und dann haben wir auch closed loop aber das ist dann auch primär eine management aufgabe was ich eben meinte mit einfordern und umsetzen das kann ich nicht in der stabs abteilung machen wollen da müssen dann wirklich die konsequenzen daraus und dann haben wir ein gelebtes kundenzentriertes handeln dann habe ich naja kundenzentriert vielleicht noch nicht aber wir haben zumindest ein handeln was dem kunden hoffentlich nicht länger die zeit stehlt und dem cfo etwas ruhiger schlafen lässt weil sein prozess nicht in die haare vom vom kopf frisst weil es unendlich viel kosten produziert kundenzentriert wird dann noch mal ein anderer punkt zumindest land also zumindest ein lander prozess ist dann implementiert und das ist ja eigentlich heute das hauptproblem ist die meisten prozesse nicht lernen sind weil man schlicht und ergreifend gar nicht dieses training mit richtig und falsch macht was ist denn überhaupt ein fehler was ist denn überhaupt eine eine richtige interaktion und auf der anderen seite wenn man es nicht mit werten hinterlegt so und ohne diese beiden informationen kann ich keine lernenden prozesse machen super ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch stunden mit euch diskutieren und es würde wahrscheinlich langweilig werden vielen dank für eure zeit vielen dank für das kurzweilige gespräch hat wieder super spaß gemacht und auch soweit ich das gesehen habe interesse gefunden da draußen und der rückmeldung hier und ja ja wir sind am ende mal wieder ein bisschen über die zeit über unsere 45 minuten über eigentlich für unseren cx talk nur für anschlag ein bisschen hinaus aber ich glaube es war es wert wir sind nächste woche könnt ihr wieder reinschalten gibt es natürlich jeden donnerstag wieder ein schiff cx talk nächste woche dann wieder 15 uhr heute haben wir es ein bisschen früher machen können weil ich das sonst mit den beiden hier nicht realisieren hätte können in deren zeit konstrukten und weil es auch falsch angefragt war von mir ich gebe es ja zu in diesem sinne bis nächste woche und sonst wer sich noch mehr natürlich interessieren möchte es gibt tausende veranstaltungen aber es gibt manche nur einige wichtige richtig guten veranstaltungen und da kommt natürlich eine von uns demnächst wieder am 12 november am 18 november diskutieren wir im rahmen der schiff cx das thema customer journey management auch mal wer sich dafür interessiert würde uns natürlich freuen vielleicht den einen oder anderen dort auch im digitalen format zu sehen und in der diskussion dabei zu haben in diesem sinne bis nächste woche wieder ihr bleibt noch kurz in der leitung und wir sagen tschüss 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 tschüss